Im Schwarzwald ruht ein dunkles Geheimnis. Frau Simon Franzian, ist hier ein Mord passiert. Man hat uns hierher gelockt, Leute. Die Leitung ist tot. Wir kommen hier nicht mehr weg. Irgendjemand hat ein Interesse, dass genau wir auf diese Dinge stoßen. Der Tatort. Sonntag im Ersten. Die Leitung ist tot.